Ich bin Kevin Kühnert und stellvertretender SPD-Vorsitzender. Lebensmittelverschwendung bedeutet Ressourcenverschwendung, denn zur Produktion von Lebensmitteln brauchen wir Wasser, Energie, Boden und nicht zuletzt auch Arbeitskraft. Also sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen heißt, sich gegen Ressourcenverschwendung einzusetzen. Die SPD setzt sich für einen Wegwerfstopp ein. Wir wollen dafür sorgen, dass gerade die großen Marktteilnehmer, Ketten und andere verpflichtet werden, mit gemeinnützigen Organisationen, Tafeln und anderen zusammenzuarbeiten, damit Lebensmittel nicht mehr im Müll landen, sondern dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wir wollen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum überarbeitet wird. Viele werden irritiert, wenn sie sehen, da ist was abgelaufen, obwohl vieles noch nutzbar ist tatsächlich. Und wir wollen die Bildung schon bei den Jüngsten im Bereich des Umgangs mit Lebensmitteln deutlich stärken. Kartoffeln bleiben gerne mal in der Küche übrig. Entweder sind sie kurz vorm Keim oder man hat zu viele gekocht und weiß nicht wohin damit. Dann haben wir in Berlin dafür Hoppelpoppel erfunden. Das ist so ein Pfannengericht, da kommt alles rein, was übrig geblieben ist. Die Kartoffeln kann man in Scheiben schneiden und Bratkartoffeln draus machen. Man kann Fleischreste, Gemüsereste, Lauch, Zwiebeln oder was auch immer dazu machen. Sahne obendrauf und dann hat man ein sehr leckeres Pfannengericht. Geht natürlich auch vegetarisch mit Leitern oder Tofu beispielsweise. Ich bin gelernter Handballer, also ich kann mich jetzt nur blamieren. Geht's gut!